Herzlich willkommen Freunde zur Eröffnung des 22. Türchens. Wir sind beim vorletzten Türchen oder vorvorletzten ist es ja. Wir fangen mit dem MFB-Adventskalender an. Hier haben wir das 22. Türchen. Ein etwas größeres als sonst. Hier haben wir einen Wobbler drin in 6,7 cm Länge und 6 Gramm Gewicht von Savage Gear. Und dann öffnen wir natürlich auch das Türchen am Hecht & Barsch Adventskalender. Das 22. Türchen befindet sich hier oben. Oh, wieder ein längliches Türchen. Und da haben wir einen weiteren Chatter Bait. Hakengröße 1, 10 Gramm Gewicht in der Farbe Rot. Nahaufnahmen kommen jetzt. So, hier haben wir den Inhalt des 22. Türchens. Wir fangen mal mit dem Chatter Bait an. Hakengröße 1, 10 Gramm Gewicht in der Farbe Rot mit einem Ersatz Chatter. Natürlich auch die Rückseite für die Leute, die die lesen wollen. Hier auch nochmal eine kleine Abbildung. Und dann hier diesen Wobbler. Gravity Twitch. Achso, ne. Dann ist das ein Twitch Bait. Hier seht ihr auch nochmal. 6,7 cm misst er und 6 Gramm wiegt er. Suspending, das heißt also schwebend. Und dann natürlich auch hier wieder die Rückseite. Und dann stand hier auch noch was drauf. Das ist natürlich auch. So, das war der Inhalt des 22. Türchens. Ich finde ihn auf jeden Fall echt cool. Und ich hoffe wir sehen uns morgen zur Öffnung des vorletzten Türchens. Das 23. 20.